Willi, wat met Köln, orde dich. Willi, mir all vermisse dich. Willi, du hast uns zum Lache gebrannt. Danke für den Egenart. Das Hetz von Köln, es hat er aufgehört zu schlagen. Willi Milowitsch starb am 20. September 1999 im Alter von 90 Jahren. Und die Stadt ehrte ihn mit gleich vier Trauerfeiern. Der Höhepunkt war das feierliche Requiem im Kölner Dom. Das hatte es vorher nur für Konrad Adenauer gegeben. Niemand konnte sich der Trauer entziehen, die über der Stadt lag. Weinen musste ich gerade dann doch, wie im Dom gespielt wurde auf der Orgel. Ich bin eine kölsche Jung. Ich bin doch eine sentimentale Liese. Das geht mir in die Knochen. Und daran sehe ich, dass sie ihn so sehr lieben hier, dass sogar Konventionen hinfällig werden und dass man Schlager im Dom spielen kann. Danach fuhr der Trauerzug mit 17 Staatskarossen durch die Stadt, damit sich auch die Lücke wie Egen Du von Willi verabschieden konnten. Ein letztes Mal fuhr der Volksschauspieler an seinem Theater in der Kölner Innenstadt vorbei. Und zum letzten Mal applaudierte ihm dort sein Publikum. Vielen Dank.